herzlich willkommen meine damen und herren zu den ersten karten news auf diesem kanal rapids openings viele kennen mich vielleicht noch aus von news moderator vom black rabbit hauptkanal wenn sie neue sind lassen sie sich nicht verwirren es geht hier natürlich um karten news heute dreht sich alles um yugioh pokemon und dragon ball wir werden so ein bisschen durchgehen was kommt in naher zukunft auf uns zu und am ende des news auch so ein bisschen was könnte denn sehr bald auf uns zukommen sie sehen hier den freien platz hier werden wir ein paar bilder einblenden damit sie auch verstehen worüber der news moderator hier gerade redet in den karten news los geht es aber mit dem dragon ball supercard game da kommt ein neues display mich am 17 7 das sollten sie unbedingt sehen und nicht verpassen hier eingeblendet wie gesagt wie das neue display aussieht auch das booster pack und welche karten darin zu sind okay das sieht einfach mal mega mega gut aus ich freue mich schon sehr auf dieses set ich denke black rabbit wird hier auf rapids openings auch ein ein zwei oder drei videos dazu machen zum neuen set mindestens zwei displays öffnen verpassen sie das nicht gerne hier abonnieren das ist auch schon fast alles zu sagen zu dragon ball denn im großen und ganzen bringt das dragon ball supercard game immer relativ selten neue sachen raus außer am was sagt man schlauer zettel am 7 8 kommt die special box 2020 die wird auch ziemlich interessant und ich denke sehr schnell vergriffen wenn sie die möglichkeit haben bestellen sie auf jeden fall vor sonst wird auch black rabbit hier das natürlich am kanal für sie öffnen damit sie wissen was sich darin so genau befindet es gibt auch noch eine road map sozusagen was uns bis ende des jahres am so begleiten soll im trackball supercard geben da kommen noch zwei weitere displays auf uns zu wie sie hier hoffentlich im bild sehen können und da bin ich schon sehr gespannt werden wir hier alle öffnen am kanal sowie bisher jedes display und jede box die interessant ist und ja ich hoffe sie bleiben dran und gucken sich das dann in zukunft hier an bei rapids openings kommen wir nun aber zu yugioh darauf wo sie alle gewartet haben ganz klar yugioh denn da kommt schon demnächst nachdem wir vor kurzem erst das tun chaos display hatten am 23 7 das nächste battle of legend amageddon dies darin sind nämlich nur fünf karten mit unter anderem pro booster eines secret rare ob sich darin auch andere realitäten verstecken sowie im tun chaos display letztens das müssen wir noch rausfinden wir können es überraschen lassen bis zum 23 7 ich habe auf jeden fall mehr bock darauf sie sehen vielleicht ein paar karten eingeblendet es sind auch oldschool karten dabei reprints das ganze wird ziemlich nice das highlight findet aber am sechsten achten statt und zwar rise of the duel ist eine neue ära nachdem arg wie abgeschlossen wurde haben wir sozusagen ein neues booster set wieder natürlich mit dabei hofft jeder und denkt jeder mit starlight rares wo black rabbit hier auf rapids openings ganz bestimmt wieder displays öffnen wird und diese starlight zu handeln wie er es schon öfters mal gemacht hat schauen sie da gerne mal in die videos rein auch ghost rares hat er gehandelt und so weiter und so weiter ziemlich nice content hier und wenn sie das nicht verpassen wollen schauen sie mir vorbei im august rise of the duel ist wird ein ziemlich ziemlich geiles set und ein ziemlich schnell teuer werden das set am besten sie bestellen vor kann ich bei yugioh displays immer nur empfehlen denn sie können in kurzer zeit von ebenso circa 60 euro auf 90 bis 100 euro hoch schießen also kaufen sie lieber vor ein ja man muss leider vorbestellen würde ich ihnen sehr sehr dazu raten was noch dazu sagen wollte gaia ist natürlich auch wieder mit dabei es gibt verschiedene gaia karten fusionen zauberkarten fallen karten gaia der ritter den wir alle kennen von yugioh ist ziemlich nice dass er mit dabei ist und ich freue mich ihn wieder zu sehen am 14.8 geht es hart weiter in pokémon im trading card game im sammelkartenspiel von pokémon das wir aber alles lieben da scheint das nächste set am 14.8 ich bin schon mehr im hype darauf habe schon ein bisschen was vorbestellt ich hoffe auch black rabbit hat da schon was vorbestellt und wird ja einiges am kanal öffnen gemeinsam mit ihnen der community gerne abonnieren um das alles nicht zu verpassen denn rabbit liebt alle kartenspiele sei es yugioh dragon ball magic oder pokémon egal was vielleicht auch andere kartengames die sie in zukunft hier in videos sehen werden so als special also letztens auch kinder überraschung sei auf jeden fall 14.8 beginnt das ganze mit pokémon mit einer top trainer box ich werde mal die bilder hier einblenden mit verschiedenen blister mit evoli und flammarer dann wird es noch ganz ganz neu ein zwei pack blister geben was angeblich ich habe es noch nicht gefunden den preis von nur einem booster tragen wird bedeutet 1 plus 1 gratis ist eine ziemlich geile idee freue mich auf jeden fall sehr darauf mit diesem 1 plus 1 falls sie das noch irgendwie bekommen können sollten sie es auf jeden fall vorbestellen denn das wird natürlich sehr sehr schnell ausverkauft sein weil hey ein booster plus ein booster dazu das wird ziemlich hart es gibt auch richtig geile karten darin wie sie eingeblendet sehen hundemon zum beispiel freue ich mich mega oder gardevoir wunderschöne karten das wird ein richtig richtig geiles set ein paar wochen später ich denke mal anfang september wird noch ein set rauskommen ein special set informationen dazu gibt es bisher eher so ein bisschen rar dass wir uns noch angucken in den nächsten card news wenn ihr das wollt wenn ihr mehr card news haben wollt auf diesem kanal ist so eine neue idee dass hier nicht nur openings stattfinden sondern auch dass ihr informiert seid was kommt in naher zukunft was sollte man dringend vorbestellen wie eben jugio rise of the duel ist würde ich sehr sehr raten vorzubestellen genauso wie das dragon ball super card game wenn es möglich ist das neue display vorzubestellen bei ihnen pokémon wie gesagt vorzubestellen lohnt sich eigentlich in so einem normalen set nicht außer eben diese zwei pack blister wo 1 plus 1 gratis ist das sollte man dringend vorbestellen wenn man eben darauf lust hat weil die werden auf jeden fall sofort aus verkauft sein da bin ich mir hohen prozent sicher die top darin der box sieht auch ziemlich geil aus und wie gesagt die karten darin sind schon ziemlich der hammer ich freue mich wirklich sehr an das hier auch öffnen zu können dann mit black soul diana am ende noch ein paar so news wo man nicht sagen kann jo das kommt sicher zu uns oder auch nicht denn es gibt eine box von zama center und von seishien sieht ziemlich geil aus aber mit figuren darin das problem ist meistens wenn figurenboxen erscheinen erscheinen sie nicht im deutschsprachigen raum sondern nur amerika müssen wir hoffen dass es auch zu uns kommt ich bete auf jeden fall schon mal dafür und es kommt auch eine endina loss box da habe ich als news moderat und ich hoffe auch sie da draußen mega lust darauf die endina loss box zu haben sie sind einfach nur mehr geil aus das bild wird hier hoffentlich eingeblendet wenn unser kata black rabbit das hinkriegt zu schneiden auf jeden fall das sind die news bisher in dragon ball in yugioh und in pokémon ich hoffe ich kann euch ein bisschen ein einblick verschaffen auch wo sie am besten ihr geld investieren können wenn sie eben so wie black rabbit ein fan von allen kartengames sind und schauen sie gerne wie gesagt vorbei dann in naher zukunft bei den ganzen openings tun chaos sollte auch bald ein opening kommen sobald endlich das display bei black rabbit eintrifft und ich wünsche noch einen wunderschönen tag gerne abonnieren wie gesagt um diese karten news nicht mehr zu verpassen in zukunft und auch gerne rabbit dadurch durch die videos anzusehen erst mal spaß haben b dazu die werbung bald bei freizuschalten hier auch auf diesem kanal sowie auch auf dem hauptkanal black rabbit ich wünsche noch einen wunderschönen tag ich hoffe wir konnten ihnen weiterhelfen sollte ich etwas wichtiges vergessen haben was jetzt im juli oder august bei uns zu erscheinen wird sei es magic vielleicht dass da was wichtiges ist was ich übersehen habe oder dass ich etwas vergessen habe was sehr sehr hype ist für euch in dragon ball in yugioh oder pokémon schreiben sie es unbedingt in die kommentare damit der news moderator ein bisschen dazulernen kann und sonst wünsche ich noch einen wunderschönen tag viel spaß mit den ganzen openings von black rabbit jetzt auf der endcard einfach auf die videos draufdrücken und weiterhin fangen haben vor allem mit dem letzten dragon ball card game opening oberhammer aber auch das letzte video opening wo er versucht hat eine ghost rear zu handen auf deutsch nein starlight rear auf deutsch ist ziemlich geil schauen sie da rein verpassen sie nichts mehr ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag ihren news moderator hauen sie rein und ciao ja 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 Vielen Dank.